Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2. So, weiter geht's mit dem Elektro-Tool. Wir müssen jetzt irgendwo reintun, aber mal schauen, wo das denn ist. So, gehen wir mal hin. Wir kommen gerade richtig, Cooper. Wir haben alles neu verkabelt. Jetzt brauchen wir nur noch Strom. Pilot, die Relais der Energiekammer sind offline. Das Elektro-Tool müsste sie allerdings reaktivieren können. Hoffen wir, das Elektro-Tool war die Mühe wert, Cooper. Schauen wir noch mal, ob es die Mühe wert war. Hohe Strahlungswerte auf 12 Uhr. Ihr Anzug schützt Sie in der Kammer nur für begrenzte Zeit. Sie sollten sich beeilen. Sie sollten nicht zu lange da drin bleiben, wenn Sie nicht gegrillt werden wollen. Alles klar. Wechsel-Märkte-Tool C. Öffne die Luke in 3. Ich werde verricken, Leute. Los! Ich werde verricken, Leute. Energie bei 100%. Sie sollten die Kamera umgehen verlassen. Mach ich doch. Egal. Gute Arbeit. Wir haben wieder Strom. Okay, wir haben wieder Strom. Blenden öffnen. Bringen wir den Sender zum Lauf. Öffne Blenden. Diagnose Energie 100%. Zielerfassung zurücksetzen. Uplink Zielerfassungsmodul wird zurückgesetzt. Zurückgesetzt. Nei, was ist denn hier los? Käpt'n, das Uplink Zielerfassungsmodul ist offline. Verdammt, wette, die IMC ist schon unterwegs. Davon sollten wir ausgehen. McCord, können wir das Modul überbrücken? Nein, Sir, nicht ohne der gesamten IMC-Flotte eine Nachricht zu schicken. Dann müssen wir das Modul manuell reparieren. Pilot, Ihre Fähigkeiten sind gefragt. Hoffe, Sie mögen Höllentrips, Pilot. Die Fähigkeiten sind gefragt. Kann ich bei dir einsteigen? Okay, dann schauen wir doch mal. Was ist denn das hier mal? Oh, okay. Seien Sie vorsichtig. Wir haben da viele gute Soldaten verloren. Ein Problem. Laut meiner Speicherbänke hat er sich im Rahmen der Operation Fracture als hervorragender Kämpfer bewährt. Fracture? Fracture war der Codename einer Betankungsoperation der Miliz auf dem Planeten Victor. Wir haben damals hohe Verluste erlitten, konnten die Flotte aber retten. Shit. Elektro-Tool erforderlich, okay. So. Kannst du da reingehen? Ja. Funktionsfähiges Ablegen-Zielerfassungsmodul geortet. 428 Meter nordöstlich. Alter, der geht ja gar nicht schon runter. Meine Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Wenn Sie gestatten. Oh. Alter. Scheiße. Wind drei Knoten. Richtung 274. Reichweite 95 Meter. Projektilmasse 89 Kilogramm. Schmeißen Sie ja? Richtig, Eger. Vertrauen Sie mir. Eee. Oh. Guter Wurf. Gern geschehen, Pilot. Viel Glück da drüben. Eger, super. Blisk. Ja, Richter hier. Der verdammte Pilot will den Sender benutzen. Halten Sie ihn auf. Ich verlasse mich auf Sie. Blisk out. So viel. An alle Sicherheitskräfte. Patronen habe ich auch noch. Zum Sender. Los. Binde diesen Knirps. Sofort. Lasst mich nicht hängen. Verstanden. Sulu 1, Kilo 1 Vorrücken. Alpha 2 setzen die Soldaten ab. Schnell. Was? Wie bitte? Wie bitte? Wie hochfahren? Boah, nie, oder? Sieht doch nicht schlecht aus. Amc Landungsschiffe nähern sich Ihrer Position. Amc Landungsschiffe nähern sich Ihrer Position. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Aspekt, das Rücken aus den Kalten so angreifen. . Marie. Playdate, ihr habt keine Verluste. Achtung, Klappel, Kindergarnate. Das könnt ihr, gell, mit dem Schild hier rumkacken. Okay, das hab ich schon verstanden. Aber ich geh doch erstmal hier lang. Ob ich irgendwann mal ne neue Knüft oder so. Die besser? Ich bleib bitte mal aus. Boah, er bewegt sich da drüben! Bitte komm! Oh, was ist denn hier? Komme! Beschäftigt ihn, er darf nicht entkommen! Na, die gehören zu mir, alles klar. Ja! Hier, nicht vor Takt! Ach, nicht vor Takt, vor Takt! Nein, 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 was mach ich das? Alter. Komplett der Fail. So, jetzt bleibe ich aber drauf stehen, würde ich sagen. Nur eine Etage höher. Die werden nur Rocket Launcher. Nehmen wir gerne mit. Oh, was ist denn das? Halten oder was? Okay, wenn ich da hochfahren will ich. Zieht der Piloten? Drei, die Stoffen. Ja, in Schluckrichtung. Drei, einmal mit. Drei, ich bin weg drin. Duty Drei, ich bin weg gerade. Drei, die Stoffen. Drei, die Stoffen. Drei, die Stoffen. Drei hier. Drei. Stürb! Es ist aber ruhig hier im Hof. Okay, ich glaube es ist sauber. Zwei Kameraden aktivieren wir gleich mal. Ich weiß irgendwo ein Scharfschützer. Direkt verarschen! Ich glaube ich probiere mal ein Spiel der Granaten. Okay hier scheint sauber zu sein. Okay. Wo ist er denn hin? Negativ! Können sich Kontakt! Verstärkung! Schmeckt da! Kein Kontakt zu Feind, Willi! Sulu 1-6, wir brauchen Verstärkung! Alpha 1-4, wir schicken Unterstützung. Okay, ich glaube da muss ich einen Kron bewegen. Einen Kron! So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Okay, ich muss da rüber, okay. Kommen wir da hoch überhaupt? Das schaffen wir doch niemals. Dann waren wir klar, dass ich das nicht schaffe. Okay. Okay, 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 okay. Das ist der Kron. Ich glaube, wie sieht es gut aus. Probieren wir es mal. Alles klar! Alles klar! Aufhärung. Nan, an. Wversteiger! Wie ist das? Oh! Nein. Kilo 1 4, Pilot. Kilo 1 4, hört ihr mich? Bitte kommen, Kilo 1 4. An alle Einheiten, Kilo 1-4 antwortet nicht. Bereit machen für Angriff auf das Ziel an Sender 4. Verstanden, sind am Eingang von Sender 4 in Position und Kampf bereit. Was? Oh mein Gott, das schaffe ich noch niemals, Leute. Neee. 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 Boah. Muss ich den Kran, den Kran da rüber tun? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Neee. 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 Nee. 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 Ja. Nee. Vielen Dank.